Buenos Dias, äh, mein Name ist Stefan Walsiger. Así, déjalo, déjalo, déjalo así, así se bien. Also das ist doch der amerikanische Senator, das macht ihn dann in Kuba. Dass die Schweizer Botschaft für amerikanische Politiker einen Escort-Service anbietet, das interessiert die Öffentlichkeit ganz sicher. Du musst dich informieren, das habe ich immer gesehen. Aber subito! Bis dann zurück ist, müssen wir das Problem erledigen, sonst... Ernstfall in Havanna. Der Schweizer Kultfilm mit Mike Müller und Victor Giacobo. Samstag, 20.15 Uhr auf S1. Du Stefan, ich glaube, wir erleben jetzt doch gerade Weltgeschichte. Hättest du das gedacht, mir? Könnte ich bitte ein bisschen Ruhe haben, merci?